Ja, hi zusammen, der Mika hier. Wie ihr von meinen alten Videos wisst, habe ich starke Probleme damit, die 4K-Auflösung zu rendern, beziehungsweise ich habe halt einen 34 Zoll 21 zu 9 Monitor. Und mit meinem alten Schnittprogramm war das so, dass ich ständig diesen schwarzen Rahmen um das Bild hatte und der das halt so weit runter skaliert hat, dass das Bild halt sehr klein war. Und ja, ich habe das mit sehr vielen Einstellungen ausprobiert und getestet. Ich habe die Aufnahmen verkleinert, also nicht mehr im 4K aufgenommen, sondern nur noch in 1080p. Habe in den Programmen eingestellt, er soll rendern auf 1080p. Ich habe das Spiel, das Programm, den Monitor, ich habe alles runtergerechnet auf 1080p. Aber dieser schwarze Kasten, dieser schwarze Rahmen war immer noch da. Ja, war ein bisschen blöd, ein bisschen nachteilig. Ich selbst habe es sogar relativ spät gemerkt, erst vor ein oder zwei Wochen. Ja, ich habe mir jetzt ein neues Schnittprogramm besorgt. War nicht ganz so günstig tatsächlich, aber ich denke, dass sich das für die Zukunft lohnt. Und ja, die nächsten kommenden Videos werden dann hoffentlich besser werden. Nicht nur von der Qualität her, sondern auch der Rahmen sollte weg sein. Ich rendere gerade im Hintergrund ein Video mit Panzerleuten. Da gab es auch ein paar technische Schwierigkeiten, wie das zu lösen ist. Das muss ich noch gucken. Ich habe zwischendurch das Problem, obwohl ich keine Einstellung ändere, absolut gar nichts, kann es passieren, dass er entweder die Discord nicht mit aufnimmt oder den Teamspeak in diesem Fall nicht mit aufnimmt. Dann ist das natürlich blöd. Dann hört man nur mich oder manchmal hört man mich nicht. Aber die anderen dafür, ja, ich weiß es nicht. Ein Kollege aus der IA9 hat mir gesagt, ich soll mal alle anderen Einstellungen rausschmeißen, löschen einfach, also alle anderen Audioquellen einfach rauskicken, sodass die Wahl nur noch auf dem bleibt, was ist. Aber ich weiß nicht, wie das denn für mich privat so... Aber das ist ja jetzt, sagen wir mal, so dahingestellt. Ja, wie dem auch sei, in Zukunft ist es, glaube ich, ein bisschen besser und schöner und hübscher. Und ich hoffe, ihr habt an den nächsten Videos Spaß. Mit dem neuen Schnittprogramm kann man auch noch lustige Sachen machen. Ich muss mal gucken, da gibt es ein paar schöne Filter und ein paar schöne Übergänge und sowas. Ich muss mich da jetzt allerdings noch ein paar Tage reinfuchsen. Aber es wird schon klappen. Ja, ansonsten, ich wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf dem Kanal. Und ja, ich denke mal, man sieht sich auf dem Schlachtfeld oder halt hier bei YouTube. Ich danke euch, euer Mika.